Untertitelung im Auftrag des ZDF Gehen wir ja gar nicht, leider es war die Zeit früher, die einfach fehlte. Ja, heute ist die Zeit da, dafür ist die Rente knapp. Schnell vorbei, Junge. Ja mach ich, muss wieder rüber hier. Ach, apropos Rente, habe ich doch heute Morgen im Radio gehört, die Renten werden im Juli wieder erhöht. Junge, 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 zwei vierte Jahre hintereinander. Diesmal gibt es auch im Westen etwas über 3%. Ich habe schon ausgerechnet, wie viel Eiswaffel ich zusätzlich dafür kaufen kann. Ja, war nicht viel. Gut. Ich habe schon ausgesucht. Ich habe schon ausgesucht, wie viel Eiswaffel. Der Kleine hat einen이저 ausgesucht. Ja, immer kurz in die Hälfte. Ich habe noch in die Hälfte rausgezogen. Warte, was man mit dem Bewerb, hast du einen Bögel gemacht? Ja, ich habe noch eine 500 plus runtergefallen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020